Hallo zusammen, also heute ist ein speziales Tag, 1. Mai, anscheinend Arbeitstag und unser Streaming-Service möchte nicht kooperieren. Also ich muss das jetzt einfach auf mein Handy aufnehmen und mit euch so mich einfach später sehen oder sowas. So heute wird einfach aufgenommen und später auf dem Server von Yahoo aufgeladen. So entschuldige mich dafür, hätte ich keine Wahl. Der Kooperation mit Google hat sich aufgehängt und er wollte sich einfach nicht verbinden und ich habe verschiedene Methoden probiert. Machen wir einfach ohne Streaming einfach mit Aufnahmen. Dadurch wird das vielleicht bessere Qualität haben oder sowas. Keine Ahnung. Wie immer, was probieren, was Neues. So, wir fangen an mit Bodhicitta. Wir entwickeln Bodhicitta, wir denken über alle andere Wesen, die ohne Ausnahme unsere Mutter, Vater, unsere Schwester, unsere Kinder, Brüder und so weiter und so fort, alle möglichen Kombinationen mit uns in Verbindung gewesen waren. Und wir wünschen, dass nicht wir allein von Samsara befreien werden, sondern auch die alle anderen Wesen, mit denen wir durch diese anfanglose Zeit in Verbindung sind. Es wäre einfach schade, wenn wir irgendjemanden ausgenommen haben, weil es gibt wirklich keine einzelnen Wesen in sechs Realms von Samsara, die irgendwann nicht unsere Mutter war oder unser Vater oder unser Kind, so hätten wir irgendjemanden ausgenommen von diesen Gedanken, dann würde das bedeuten, dass wir einfach eine von unseren irgendwann nähesten Wesen zu uns ausnehmen. Das wäre einfach schade. Und außerdem, damit könnten wir einfach nicht uns von Samsara befreien, wenn wir irgendjemanden ausgenommen haben. Weil das würde bedeuten auch, dass wir immer noch diesen Unterschied machen zwischen uns, zwischen anderen Wesen und was da passiert zwischen uns und den anderen Wesen. Und sobald wir diesen Unterschied aufheben, dann ist für uns und auch für andere Wesen das Weg zur Erleuchtung geöffnet. Lass uns dann unser Boddhicharya entwickeln, lass uns in unseren Gedanken alle Wesen, die unsere Mutter waren, nehmen. Lass uns die Wunsche entwickeln, dass wir möchten, dass wir alle Wesen, die in sechs Realms von Samsara gleich wie wir leiden und gefangen sind, dass wir diese Wesen befreien möchten. Lass uns die Wesen befreien möchten. Lass uns die Wesen befreien möchten. Ritaktsasumpardendrupasam Zalamchajam chilanayi Nyame dragundak pokajil Samadipso kajira Jipa zinno namta jimjil Shemlong gomji kampai sambasht Zenorkin lachashin Mepadu Zerimdang chibbe onci ZANG EN MUZIEK 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 Amen. So adep so jangun chun rizim So adep so jangun chun rizim Tu jesun shingya wa tu jichin Tame kurwa dhrame janjurji Zeme dungan yang vedo wa Genvo chile chapshen ma chisong Nam chen sanje dom bar jingjilom Tame dhune dengan sakpetim Shedang wang yinyavar chye jyotem Sadan dungan yang vedo wa chenna Lachoy chikidron do kye waisho Nam manye padme hondome dhune Lenggan sakpetim Serne wang yidane su chye Tre kondungan yang vedo wa chenna Shedang wang yinyavar chye jyotem Shedang wang yinyavar chye waisho Nam manye padme hondome dhune dengan sakpetim De chak wang yinyavar chye jyotem Nam manye padme hondome dhune dengan sakpetim De chak wang yinyavar chye jyotem Sedang wang yinyavar chye jyotem Do kye jyotem Serne wang yinyavar chye jyotem Hyenik yinyavar chye jyotem ZANG EN MUZIEK 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Amen. 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 Hm. Dankeschön. Amen.